Wer hat diesen Menschen bloß eingeladen? Peter Sellers ist Harundi von Bakshi in Die Party. Das ist endlich meine Party, auf der jeder tun und lassen kann, was er will. Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Blake Edwards bitte zum feuchttrölichen Tanz. Sicher haben Sie schon viel von den berüchtigten Hollywood-Partys gehört. Diesmal sind Sie eingeladen.